ja hallo moin sind zusammen da bin ich wieder mit einem video nach ein bisschen längerer zeit und wie ja auch angekündigt endlich mal wieder mit einem neuen teil der krautrock reihe zunächst was wir im hintergrund hören nicht krautrock sondern kensberry scene und das ist caravan mit cunning stunts sehr gutes hypnosis cover wie ich finde btm records schönes album läuft im hintergrund wollen wir uns aber nicht zu lange mit befassen stelle wie kann man noch mal ein bisschen damit wir alles unkompliziert sehen können so wir sind ja mittlerweile bei er angekommen und starten mit randy pie in england auch schuldigung leute relativ erfolgreich hier auch das album ich glaube es nennt sich england england auch live album wenn ich mich nicht völlig täusche record live on stage hat ja irgendwann schon mal im laufe des kauf ist von der platte dann gezeigt doppel album auf das ist polydor und tatsächlich wo stand es denn hier wo stand es denn wo stand es denn wo stand es denn wo es aufgenommen wurde unter anderem wo haben wir es denn direkt hier um die ecke 20 kilometer weiter interessante sache mit hits von der highway driver album unter anderem was jetzt direkt hinterher kommt highway driver ich glaube das debüt von ihnen auch auf polydor sehr cooles cover wie ich auch finde das ist von 74 album ich weiß gar nicht die england england irgendwie ein zwei jährchen später sein 76 ja tatsächlich ja schönes ding randy pie finde ich ziemlich ziemlich geil auch ziemlich coole combo wobei mir die einzelnen künstler ich bin mir nicht sicher aber die reeperbahn doch tatsächlich sein sollte hier im hintergrund vielleicht aber auch nicht ich bin mir nicht sicher sieht aber so ein wenig so aus das ist aufgenommen 1975 also noch vor england england also diese zwei alben sind dann wahrscheinlich im live album verarbeitet auch auf polydor ja schönes schönes ding große freiheit ja hier ne große freiheit dann ist das wohl raper born hamburg ja ich mach mal ein kicken leiser weil wir wollen einerseits nicht zu ärgern mit youtube kriegen und dem copyright recht und zweitens wollt ihr mich ja auch gut verstehen nicht so brüllenlos irgendwie ist das cover immer noch nicht ganz so drauf ne ich bin sofort fertig so etwas entspannter vielleicht ja das war es zu randy pie dann haben wir danach jemand der kommt aus hamburg beziehungsweise hat er glaube ich am anfang seine größten erfolge gefeiert ist von achim reichel der damals mit den rattles in hamburg ordentlich unterwegs war das album hier the green journal ist die grüne reise also andersrum es ist nicht achim reichel sondern es ist rr and the machines also achim reichel alles alleine eingespielt quasi über ein immer overdub prinzip dieses ja album geschaffen super geile psychedelische reise wie ich finde super geiles album gar nicht so ultra teuer aber mega psych krautrock kracher wie ich persönlich finde es gibt noch ein oder zwei andere AR und machines einem unbezahlbar eigentlich auch irgendwie nie verfügbar gefühlt das ding habe ich jetzt irgendwann mal relativ günstig geschossen das kriegst du schon mal für den 10er für den 20 das ist sie aber auch auf jeden fall wert hört es euch da mal rein wenn ihr es nicht kennt auf youtube gibt es das album zu hören ohne probleme richtig richtig geiles teil ja dann kommt was ist eigentlich ein low budget band beziehungsweise auf einem low budget label psychedelic underground bukai rezien was so viel heißt ja eigentlich wie Meister Jakob rückwärts ist auf dem Fass label also für alle schallplattensammler das ist so ein budget label aber es gibt so einige ich hab was hatte ich denn auch habe ich die schon gezeigt ich weiß gar nicht genau ob ich die gezeigt hatte damals die electric fruit ist auch so eine budget platte also low budget label platte das sind wartet mal jetzt gucken hier hier als beispiel nochmal das ist so eine andere ich weiß nicht die ist nicht auf Fass sondern auf Europa das sind so low budget platten die meist von studiomusiker eingespielt wurden da ist dann meistens eine cover version oder zwei cover version von irgendwelchen typischen ja krachern drauf ich weiß gar nicht was ist so bad hier glaube ich ich weiß es gar nicht so genau auf jeden fall haben sie immer ein zwei cover version drauf und der rest sind halt richtig ja Eigenkomposition wo sie sich ausnehmen können das sind oftmals richtig geile scheiben also die hier kann ich auch nur empfehlen und da gibt es dann noch was gibt es denn da noch Psychedelic Hell Preachers habe ich leider auch noch nicht ist auf Europa raus gekommen auch so ein low budget zum teil auch Bandmitglieder bei der electric food von ähm ähm ja jetzt komm nicht drauf so Luce First Friend drauf bei der Hell Preacher glaube ich auch also äh da haben sich dann tatsächlich Krautrockbands dann später noch draus aus dem Personal gegründet und äh können einiges und sind preislich halt nicht so ultra hoch anzusiedeln tatsächlich so dann packen wir die mal wieder kurz hin hm 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 ja schönes Ding und nachdem wir das jetzt haben wir aber eher was nein nein nicht aber das bekannter Rest Wolfgang Riechmann Wolfgang Riechmann im Streetmark hier das ist glaube ich schon nach seinem Tod veröffentlicht worden ich weiß es gar nicht genau in der Düsseldorfer Altsstadt ja leider Gottes erstocken worden der gute Mann sehr schöne ja was ist das ist das Ambi inzwischen Ambiente Krautrock so ein Mittelding ne also schon elektronischere Einflüsse auf jeden Fall mit bei bei den Sachen ich weiß gar nicht ob hier auch Conny Plank Studioaufnahmen gemacht hat und so weiter das hier kann ich gar nicht genau ne kann man hier auf dem Album Cover nicht sehen Riechmann finde ich auf jeden Fall mega gut ja komm ich haue direkt die nächste ich weiß gar nicht von wann die ist hier es ist gar kein Jahr drauf es ist auf jeden Fall eine Sky Veröffentlichung genau wie die Riechmann wunderbar das ist eigentlich seine einzige komplett Solo Platte wie gesagt kurze Zeit später erstochen worden die ist rausgekommen 777 78 aufgenommen zwischen 777 und 78 ne Conny war hier nicht mit teuer nicht so wie es aussieht aber mega geile Platte auf jeden Fall auch wie gesagt so ein bisschen elektronische Einflüsse das geht so wie würde man sagen so ein bisschen im Inu Style ja Düsseldorfer Szene halt ne so wie Rota auch oder ja Neu Düsseldorf die haben sich da so alle das war so die Szene so wo die zu Hause waren wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche korrigiert nicht alle wenn ihr es besser wisst keine Frage ja wo wir jetzt gerade schon bei Rota waren hauen wir hinterher haben wir hier Fernwärme ein relativ spätes Album von ihm wenn ich mich nicht täusche auf Polydor Dis is rausgekommen 81 ja ich sag ja ein bisschen später dass die anderen viele an der anderen davor auch auf Sky raus kommen ja Rota früher ja bei Neu ganz früher auch teilweise wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche bei war ich auch bei Kraftwerkball ganz am Anfang ach ne ganz am Anfang ich bin jetzt ein bisschen durch Neu aber wurde ja noch mitgespielt der Junge war er bei Cluster mit dabei? Ne ah bin ein bisschen durcheinander jetzt egal ähm ja dann haben wir Flammende Herzen auch ein sehr geiles Teil von ihm Skylabel 17 veröffentlicht auf dem Skylabel also relativ ähm frühe Skyveröffentlichung 1976 Skylabel mag ich ja tatsächlich auch sehr gerne was ja äh wie war es abgekoppelt diese zwei Leute die früher Brain gemacht haben hat sich einer ausgekoppelt hat Sky gemacht mehr so dem elektronischen Bereich des Zugewandt weiß aber die Namen nicht mehr genau dann haben wir noch Katzenmusik auch auf dem Skylabel das war meine erste Schale von ihm wo ich dann so auf ihm aufmerksam geworden bin das ist die 33 also noch später als Flammende Herzen ist von 79 70 und dann haben wir nochmal eine Polydor Veröffentlichung von ihm Lust die war mir lange Zeit gar nicht bekannt ist mir dann aber irgendwann in die Ende gefallen 83 ist das Ding aufgenommen ja seine Solo Sachen ja ist ja auch so ambient verspielter Gitarren Sound sphärisch ruhig auf jeden Fall also keine ultra experimentellen Ausflüge dann haben wir ein schönes Repress von Rufus Zufall Fallobst eigentlich eine Pilzveröffentlichung wie ihr seht sehr schönes Clubcover wie ich finde auch für alle erkennt man ja einen das schöne Pilz Label ja ein schönes Repress das ist ja so Fork Psyk so ein bisschen finde ich also kein richtiger Psyk Kraut mehr Fork Psyk Kraut gedönst so ein bisschen in Richtung ja wie sag ich sagen Bröselmaschinen und sowas auch aber durchweg schön das dann ich mal bei jemandem der so ein paar ja was heißt paar der ordentlich viele Represses auf einem Krödelmarkt verkauft habe ich das Ding geschossen so gehen wir zurück nach Hamburg wenn ich mich nicht täusche ne Inga Rumpf I know who I am also die Inga Rumpf Solo Sachen warte mal ich nehme mal ein bisschen was runter zack dann können wir das alles wieder besser sehen Solo Nummer von hier habe ich ein paar hoppala geht ja alles so ein bisschen bluesig dann und die Sachen die sie solo gemacht hat hat sie sich weiter so bluesig orientiert hier sogar noch das Dingensrand von 79 ich finde sie mit Trumpy natürlich immer noch am geilsten ich habe auch einen ich glaube von den City Preachers da war sie aber glaube ich nicht mehr da da hat sie angefangen wie gesagt 79 hier auf RCA ich glaube alle ihre Solo Sachen sind auf RCA veröffentlicht hier haben wir dann nochmal aber My Life is a Boogie die ist auf jeden Fall früher ich kann ja nicht genau so sagen die ist von 77 also gar nicht so lange Zeit nach Atlantis und Frumpy genau ein schönes Tag auch und haben wir noch dann haben wir glaube ich noch eine 80er hier wenn ich mich nicht täusche recht späte 1985 ich weiß gar nicht 1 gleich ne 2 gleich 1 was soll plus 2 is 1 so so ist das zu übersetzen hier oben ja 2 is 1 von ihr wer ist denn hier mit drauf Nico Müller ne das Produzent wer ist denn hier instrument Peter ja hier ist gar nicht großartig verzeichnet wer so als instrumental noch so dabei ist hätte mich ja mal interessiert aber ist hier gar nicht so großartig verzeichnet wer da mitgewirkt hat ja oder mal interessant wer war hier so bei noch Musikians Alan Spencer Gary Conaway Paul Clark Neil Abbott also auch nicht großartig Leute noch von Frumpy oder Atlantis die ich hier wieder entdecken kann naja egal das war meine Inga Rumpf Soloscheiben ja jetzt was was die Leute die Neuzugang Videos verfolgt haben schon kennen vor kurzem Zameti auf Green Brain schöne ja was ist das äh schwierig schwierig zu fassender Sound wie ich finde ne geiles innen Teil des Covers wie ich persönlich finde ja schwierig zu fassen also stilistisch irgendwo nicht wirklich greifbar hört mal rein ich kann es es ist halt Krautrock aber es ist weil welchen Stil kommt es nah ich höre nicht Psyche Jazz dann auch wieder vorgleich in Ansätzen in Parts also sehr sehr breit gefächert dann habe ich noch auch noch das zweite Album von ihnen das finde ich dann alles andere als so stark wie das erste das habe ich halt eher der Komplettierung äh Discografie behalten es sind glaube ich nur die zwei Sachen die sie rausgebracht haben die erste weiß ich gar nicht was habe ich gesagt von wann die ist ne habe ich nicht gesagt kann ich jetzt auch mal jetzt hole ich jetzt auch nicht noch mal raus ich denke 72 und die ist 74 Entschuldigung auf Warner Brothers so dann kommen wir machen mal ein bisschen Gas geben hier ich wollte nicht so lange machen Eming Schmidt mit Filmmusik Eming Schmidt hat sich ja neben und auch nach der Zeit von Ken ich bin viel mit Soundtracks auseinander gesetzt ich habe nur leider dieses ich bin mal auf der Suche es gibt noch drei vier andere Soundtrack Platten von ihm habe ich leider noch nicht erwischt die Dinger schöne Teile weiß gar nicht was das für ein Label ist das eine selbstveröffentlichung ja auch Spoon natürlich auch Spoon und dann habe ich noch eine Scheibe von ihm das ist Toy Planet zusammen mit Bruno Spöri ich glaube das ist ein Schweizer wenn ich mich nicht täusche das ist auch ein alternatives Cover ich glaube das ist eine französische Pressung hier nicht teuerische und ja von 1990 auf Virgin auch ein Repress halt aber ja sehr experimenteller Sound auch ganz schön abgedreht teilweise das ist ein Virgin Label Virgin Label ich weiß gar nicht wann das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum kann ich gar nicht genau sagen naja auf jeden Fall interessantes Teil auch Toy Planet so und jetzt haben wir da zwei Leute die knalle ich relativ fix durch und die sind eher so immer am Ende am Ende Berlin School ähm ja was ist noch ein Begriff für die muss ich ja schwierig also das ist einmal hier von Herrn Eberhard Schröder die Rede dem ich jetzt erstmal die aller Alben zeige hier ist Balagun Balagun Hörzupressung schönes Ding ähm gehe jetzt mal die ganze Reihe durch was ich von ihm habe damit es hier nicht zu langweilt dann haben wir noch Events er fasst auch so ich glaube die Balagun ist recht früh eine seiner frühen Sachen dann haben wir hier Flashback für mich die beste von ihm persönlich auf Harvest von 76 hier wenn ich mich nicht täusche ist doch die Scheibe weiß ich nochmal aber ja war die glaube ich mit Sting zusammen wo Sting sinkt oder bin ich jetzt völlig Banane vertue ich mich jetzt gerade ich weiß gar nicht ob dies war ähm doch ich glaube das war die die mit Sting ist auf jeden Fall die Bälle ich glaube das war diese hier dann haben wir hier noch Eberhard schöner Meditation hat irgendwie ein Trottel drauf gekrätzt hat Cover finde ich trotzdem sehr geil ich glaube Platte wird hier seitlich entnommen genau so zack auf Areola ist das Ding glaube ich zack jawoll die ist von die ist recht die ist glaube ich nochmal früher 73 so wenn du einmal kurz die Platte Nach Meditation haben wir noch Sky Music Mountain Music Mountain Music ist von ist auf Kuckuck übrigens also viele unterschiedliche Labels auf denen er verpflichtet 84 das ist schon sehr Meditations Schwingungs Musik würde ich sagen dann haben wir auch auf Harvest erstmal und auch auf Harvest erstmal und 81 veröffentlicht 81 veröffentlicht dann jetzt muss ich weiß ich gar nicht ob das die Scheibe war dann doch haben wir hier Eberhard Schöner and the secret society Transformation schönes Ding auch schönes Ding auch von 77 auch auf Harvest und Video Magic ich habe das Gefühl ich sollte hier doch nochmal mit der Kamera ein bisschen das ist suboptimal Leute die Kameras sind nicht richtig schön zu sehen das gefällt mir nicht ich sollte doch auch alles sehen ja Video Magic ist von 78 auch eine Harvest Veröffentlichung mit Andy Summers mit anderem dabei hier ist das Ding auch mit drauf war es die aber es war doch aber war das die Scheibe wo das Ding gesungen hat es gibt doch noch eine andere wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche müsste ich nochmal also ich schaue jetzt nochmal kurz nach Leute das war also ich bin der festen Überzeugung über das Ding auch drauf Mensch ich finde es nicht ist auch real auf jeden Fall hat er eine geile Nummer mit Zinsen so genau dann kommt dazwischen noch jemand Robert Schröder das ist schön das ist abgeschrieben jetzt kommt Robert Schröder Brain Voyage auch ja Proc Ambiente Berlin School Sound würde ich es nennen auf hier ist auch mit dem wie siehst du es ne dachte ich ich dachte ich doch Kunstkopf Direct to Digital Masters Aufnahme hier auch wie ihr unten sehen könnt ja siehst du sehr ja spezieller Sound muss ich sagen das ist das Fähren Sound wieder ne das ist das Rakete Rekords ich I guess ne ja das ist Rakete Rekords da sind so tolle Sachen wirklich also meine ich ernst tolle Sachen wie Westwood Booster Töner Stier Crew Phoenix also eher Untergrund Krempel drauf Schöne Sachen aber wie ich persönlich finde scheinen aus österreichische deutsche Ausdruck Pop gehen wir als Rakete 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 so dann haben wir nochmal Robert Schröder auf dem Label von Klaus Schulze dem Innovative Communication Label hier mit Galaxy Cygnus A würde ich es nennen ja limitierte Auflage für AS Elektronica 82 mag sein keine Ahnung 33 Umdrehungen hier nicht wie die Klaus Schulze Platte wo dann Wolfgang Warnfried glaube ich wo man in beiden Geschwindigkeiten abspielen kann was mega geil ist haben wir aber schon in der Vergangenheit irgendwann gehabt die Scheibe Österreicher hier schönes schönes Ding auch auch wieder so Elektronik Ambiente sphärischer Sound so und wo wir genau bei dem Thema sind sphärischer Sound und Innovative Communication und so kommen wir natürlich zu dem Obermaster Berlin School Klaus Schulze wir fangen an seine Reihe und die haue ich jetzt relativ schnell durch weil wir schon wieder bei über 20 Minuten sind Black Dance of Brain sehr schöner Zustand sehr schönes Cover zu Klaus Schulze Musik glaube ich nicht viel sagen Synthesizer Ambiente Sound ich weiß gar nicht ob hier eine Green ist oder eine ja ist eine Green schönes Teil dann haben wir Buddy Love gibt es Volume 1 und 2 das ist ein Soundtrack das ist Volume 1 dann Buddy Love Volume 2 alles quasi Brain dann gibt es Digit ja vielleicht sagen wir mal was zu den Jahren aber das ist immer auf den Brand Veröffentlichungen so scheiße hier ist 80 Buddy Love 2 war ja das ist satt nämlich das ist nicht immer so doll hier drauf zu erkennen vielleicht sehen wir es bei der 1 ne das ist es lassen wir das ist ja auch nicht so über dramatisch wichtig wann sie veröffentlicht worden sind dann haben wir hier Dreams schön noch in der Schrank wie der Engländer sagt das ist von 86 was ist denn hier mit der Blood Elotion im Hintergrund einen Moment ja recht spätes Ding 86 wie gesagt dann haben wir auch noch in der Folie Dune von 79 alles Brain dann die ist irgendwie immer in Scheißzustand egal wann wo ich die in der Hand habe Moondorn relativ früh von ihm glaube ich auch wenn ich mich nicht täusche 76 Folierung hier ab ja da ist er wieder leibt und lebt an den Kabel und Steckern am Zuppen und Ziehen der Klaus dann Picture Music von 73 das ist schon ein komischer Kauz gewesen das muss man schon sagen aber er hat natürlich eine gewisse Revolution angeschossen im Song muss man auch sagen mit Tantorin Dreamers und dann nachher Solo und so und dann auch mit Stomo Yamashita zusammen ein Go-Konzert und wo der noch überall alles seine Finger mit drin hatte haben wir nochmal Time Wind bei Klaus Schulze die ist von keine äh nun doch 3 ist das 83? ne so auch schönes die Artworks finde ich tatsächlich auch immer schön ich weiß gar nicht wer die unten hier steht müssen wir mal recherchieren das sind schöne Sachen sehr vom Stil genauso wie soll man sagen prägnant und äh wiedererkennungswert wie die Sachen von Roger Dean wie ich persönlich finde ne so dann haben wir noch ein Album von ihm auch auf seinem Innovative Communication Label wobei er da ja auch viel anonym oder beziehungsweise unter Synonym veröffentlicht hat hier Transfer Transfer oder Transfer von 81 also zwischendurch nochmal zwischen den Sachen die er bei Brand veröffentlicht hat dann nochmal auf seinem eigenen Label was veröffentlicht aber guckt zieht euch mal das hier auch einfach rein also das ist ja mal ein Wahnsinn ne geiles geiles Studiobild auf jeden Fall naja und hier Typ halt ne ja und ja abschließend Klaus Schulz noch sein X beziehungsweise sein zehntes Album ne auch irgendwie immer abgeranzt ich weiß nicht wieso ich hab's schon ein, zwei Mal auch wieder verkauft falls irgendwo bei war aber es ist nie irgendwie in besseren Zustand sehr schwierig naja egal das Vinyl ist glaube ich ganz okay gewesen ist auch ein Booklet meine ich drin ne so hier die Ehrlichter fehlt mir noch beziehungsweise das Cyborg meine ich äh auch und der Rest ist ja eigentlich schon ganz gut vorhanden bei mir ja ja noch schönes Booklet drin zack 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 ach ja Aschra hat er ja auch noch mitgemacht der Junge man ähm vergisst das ne Psy3 das sagt mir jetzt gar nichts scheint auch noch ne Band gewesen zu sein in der er aktiv war so 68 69 ähm ja dann kam der Aschra ja genau jetzt go live in Paris mit Stongo Yamashita und Steve Winwood aber der Junge hat schon mal einigen Sachen mitgemacht und einflussreich gewesen so jetzt machen wir mal Schluss wir wollen unter einer Stunde bleiben Leute das war jetzt mal wieder Krautrock weiter ich denke noch wir sollten es eigentlich im nächsten Video fertig kriegen Krautrock dann sind wir mit der Nummer durch dann kommt Best of was man noch nicht so gesehen hat im Winter also warte ich aus den Monaten was haben wir denn jetzt wir haben November also Oktober September August sind auch noch Sachen reingekommen die ich dann in den größeren Videos gar nicht vorgestellt habe dann sind nochmal so Sachen die in 2-3 einzelnen kleineren Paketen gekauft worden sind die ich zeigen wollte es ist noch steht noch aus was ich äh im letzten Paket wo ich euch gezeigt habe was ich weitergebe was ich davon behalte steht noch aus also sind paar Sachen zu kommen die noch kommen und ja und in der Zwischenzeit kommen wahrscheinlich auch noch wieder mehr und ich habe durch Guido angefixt mit der Reggae äh Kiste auch noch Bock wieder auf irgendein Special aber jetzt erstmal hinterher kommen ich muss auch dringend noch Sachen wieder einsortieren steht unheimlich viel rum naja alles nichts zu tun naja egal danke dass ihr wieder geschaut habt lasst doch mal ein Abo da wer noch nicht hat es sind jetzt nur über 100 vielen Dank dafür auf jeden Fall und trotzdem nur 18% Abonnenten gucken ich weiß nicht wo die ganzen anderen Klicks herkommen naja schön und gut machts gut schöne Zeit und bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video